Hey Leute, ich bin's, Mac Pavaric. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr bei Spotify euer Konto schließen könnt und euch dort komplett abmelden könnt. Geht dazu einfach oben in das Zahnrad rein, dann habt ihr hier gratis Abo, Abo anzeigen. Auf diesen Punkt müsst ihr draufklicken, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel ein erweitertes Konto habt. Und dann findet ihr hier, klicken wir hier, denn in diesem Bereich könnt ihr euer Konto löschen. Und man verbutet das vielleicht gar nicht da. Das ist ein bisschen versteckt. So und jetzt fragt ihr, ob man sicher ist und dann kann man ja, wenn man sicher ist, hier auf Konto schließen gehen. Und jetzt sollte man hier nochmal gucken, ob das richtige Konto auch ausgewählt ist. Das kann man also ja mit der E-Mail abgleichen. Dann kann man auf Weiter gehen. Und dann wird einem hier ganz klar noch gesagt, dass dann auch wirklich alles verschwunden ist. Der Benutzername darf auch dann nicht wieder verwendet werden. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen. Und dann kann man hier das ganze Anhaken auf Weiter gehen und dann entsprechend das Konto löschen. Ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch weiter. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Peverig. Wenn ja, Daumen nach oben. Untertitelung des ZDF, 2020